Lu... Luigi und... Luigi und... Luigi und Baby Luigi. Das ist das Kind von Luigi, das hat er mit Peach bekommen. Und Mario ist Peach-Frau. Nein, das fand ich jetzt, aber... Nee, Mario ist, äh, Baby Mario ist auch von Peach. Wieso ist da jetzt ein Schiff? Weil das gerade rauskam. Von wo? Ma, hast du dich die Videosequenz geguckt? Doch, aber wo kam das her? Ach, vergiss es, guck dir das letzte Mal an. Egal. Schachtel. Snake! Was hat der denn jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Hat sein Mund geöffnet? Irgendwas aus Russisch auf Russisch. Yeah, Snake! Der hat voll die geilen Attacken, ne? Bam. Oh, Mörser! Ich kann das noch. Granada! Wow. Yeah, Curry! Ebenen der Karte es ist echt mein Lieblingscharakter die richtigen Wettbewerbs und Spiele sind voll geil diese Folge ein Wettbewerbs und Spiele bis zur Art russischer Geheimagent und mussten Auftrag erfüllen das war's doch und ich oder eigentlich schon und du kannst nicht erkannt werden oder voll in Deckung äh, voll aus der Deckung rein äh lol richtig scheiße von Lucario, das find ich echt asozial so ne, er versteckt sich der Hinter ich nehm Snake Snake ist mein Charakter, das ist mein Lieblingscharakter, mit dem kann ich am besten spielen so guck wie gut ich bin trotz Frame einbrüchen, Diashow, wow, bam du hast schon ein Prozent Schaden, ich null wer verkloppt bin nein die Yashow die Yashishow ne, nicht die Yashishow die Yashishow warte, die mach ich kurz fertig warte, die mach ich kurz fertig waa piss dich hier Piss euch ihr Sicke die Yashishow warte, war das jetzt? fuck your ass äh, go ask your mother go ask your mother ne, die bischen die Leute das ist eigentlich ziemlich das ist gut wisp geil guck dir das an auch wenn's gehen alter, wie geil das ist gut bäb lol, ne ich kann auch nur diesen hier, warte ähm oh, falsch ich mag nur da, und jetzt? die Runterattacke find ich witzig bäb die Brotauflage findest du witzig? nein, die Runterattacke von Lucario die Runterattacke von Snake ist das hier toll, danke immer wieder gern, Pit immer wieder gern irgendwie ist das hier voll das Deershow-Gebiet wieso? weiß ich nicht Piss dich Mörser Minsel ah, aber mit Snake hab ich gegen die ne Chance weil ich so der Pro bin mit Snake na gut, so voll der Pro bin ich jetzt nicht vor allem nicht bei dir Show die Zuschauer werden das wahrscheinlich wieder sehen was, die Ruckler oder wie? ja, also die Diershow aber ich mag mich jetzt grad nicht und ich spiele, ne ah, die Maus hättest du nicht bei diesem Rennen raus machen können? was? hättest du die Maus nicht irgendwie raus machen können? ne warum nicht? weil ich kein Camtasia hab Wüte? weil ich kein Camtasia hab was hat das damit zu tun? weil das, äh, nur Camtasia kann eigentlich na gut, jetzt nicht nur Camtasia, aber können schon viele, äh, aber die kosten alle Geld Meta-Night ja, da kann ich ja gleich wieder Snake nehmen wenn ich raus fliege das ist gut Snake hat nen Baseballschläger ich brauch Snake aber nicht oh verhau doch mal das Portal anstatt die Männer hier ich hab wieder Komplexe aaaaaaah die hab ich auch warte HOMA ich esse Donuts und heiße HOMA egal, hab ich halt keine Komplexe was war jetzt? gar nix Leute, wie so funktioniert das, oder was ist das? was? wenn du mit dir mal hoch gehst das ist B-Hoch-Attacke bei weil was bringt das? was? dieses, wenn man die Knöpfe da drückt keine Ahnung, ich denk mal die Knöpfe werden zum Drücken da sein, ne? sonst wohl nichts anderem ja, äh, wozu sind Knöpfe sonst da? zum kaputt machen mach weiter mach weiter es wird hell glaub er was? oh er hat grad nur so, äh, extrem geruckelt ich wollte ihn erstmal zu sich kommen lassen was ist denn das? wie spät haben wir es? wir nehmen jetzt schon seit mit einer 24 Stunden auf komm schon, was schaffst du? immer wenns dunkel wird eyy, das nervt so, ne? nerft das hier ey, so kann ich nicht spielen, ganz ehrlich da guck auf den Fernseher ja, aber dann, äh, wenn man nix sieht, bringt das nix na, ist halt ätzend ok, wir nehmen jetzt seit einer Stunde 25 auf ne, wir wollen jetzt eigentlich nur das Level beenden, ey lass doch eben das Level beenden und dann ja, wenn ich nicht beenden kann, dann ist es ey, immer wenns hier dunkel wird, was ist das für ein Mist? ok, wir spielen das jetzt, ne, so seh ich ja nix, weil ich keine Brille auf hab wartet mal kurz ähm noch mal und wieder hallo, zusammen hoffen wir nicht, geht das jetzt? hoffen wir zumindest ey, komm! das ist doch nicht mehr witzig! was ist denn dat? ich seh gar nicht, was ich hier tu wir haben's geschafft, haben es nicht... nein, haben wir nicht das ist ja scheiße stell dich doch nicht so an! ey! lol! das Bild ist einfach nur lol! ey! wartet mal, jetzt seht da nix! so das Bild ist witzig! ah! default ne, hä? hä? was hab ich denn jetzt gemacht? uh! ne, ein... oh! ähm... so... smoke one ähm... ähm... ne, Kontrast kommt so in die Mitte Helligkeit noch ein bisschen runter, vielleicht Helligkeit... mach ich jetzt immer wie die letzten Parts, immer... so, dann ist es jetzt halt ein bisschen heller jetzt ruckelt es auch nicht mehr, super! da lag's daran, oder wie? weil er die Helligkeit nicht adressieren konnte, ja super! lag das ganze geruckelt daran, dass die Helligkeit ein bisschen höher hätte gemusst nein! komm schon, Snake! ah! ich kann mit Meta Knight spielen ja, wo bin ich denn jetzt? komm, es noch! jetzt bist du wieder da! super, direkt im Epizentrum komm, komm, sie geh noch Runde lang! jetzt ist der Ton verpiss dich, ich will jetzt ihn hier erledigen! hellol! ja, endlich! in des levels! ne, ähm, nur ein weiterer Durchgang oh, cool! oh, cool! oh, es würde, es werde nicht! oh, es würde, es werde nicht! oh, sorry, Leute, ich muss leider mit einer hohen Helligkeit spielen, anders geht das nicht! ja, Snake! ich kriege gar keine Versuche, da irgendwie noch hochzukommen hä? oh, nicht! egal, einfach nur racen jetzt hier ja, Riesen Snake! ich geb den immer voll dat Eisbein so hey, wenn wir uns beeilen schaffen, was vielleicht noch vor, äh, Endigung der anderthalb Stunden komm, it's do rushen hier! oh, cool! du rush durch und ich lass mich porten ja, oh vielleicht muss ich den will siegen ups wie es scheint nicht klar haben wir doch nicht geschafft oder schaffen wir doch nicht obwohl erst 9 zu 34 können wir doch schaffen wenn hier gleich irgendwo das Ende kommt 41 oh ma, wo ist das denn jetzt? ich hasse sowas, wo man suchen muss 51 komm da hinten! äh das war der eigene, aber super schaffen wir nicht, scheiße komm hä? hä? hier irgendwie rein? na, den glaub ich nicht nö kann ja sein, dass die dat irgendwie so in den Hintergrund verstecken äh da da ich glaub wir müssen alle Gegner hier besiegen, kann das sein ja, ja, ja ja, ich hatte mein Code noch nicht bestätigt, seit der äh, meine Installation hatte mir auch gar nicht angeboten jetzt Karl kam mir grad die Meldung aufgelockt ja, so schon jetzt haben sie auch nicht das Ende glaubt, doch ist das Sender oh cool, ne Videosequenz mit ner Bossfight oder wie? ja, ist ja super ist ja nur Peach und Zelda oh nein, jetzt werden wir verkloppt jetzt werden sie zur Domina, jetzt werden sie zur Domina oh ne, ne holen sie gleich so ne Lederpeitsche raus aaaaaaah du hast Lokal hier! ja, ich wollte aber Meta-Nein achso tja den verhau ich hier ein oh, ich hab Fahr- oh, beide oh, die Dominas rücken an weißt du eigentlich, was auf niederländisch äh, Pfarrerin heißt? Pfarrerin, nein Domina hehehe, lol wo gehst du denn heute zu Domina? ja boah, ey, wenn man das so sagt, ne, das ist ja stell' vor der Sack in Niederländer zu nem Deutschen ich geh schon mal kurz zur ich geh schon mal kurz zur ich geh schon mal kurz zur Domina nee, ähm, das war eine Schweizerin ich kann so schlecht die Elekte mehr machen BAM! so so mein Gott, was wird der Deutsche denken ja, uah! und dann stell' den... Und stell dir vor, das sagt ein Fahrrad zu nem Typen. Ich geh mal kurz zur Domina. Einmal den Gottes. Oh nein, ich bin in der Erde eingebundet. Wie hast das denn geschafft? Nein. Mein Gott, die... Wie die einen verprügeln, ne? Ich sag doch, die werden zur Domina, aber nein. Wird mir ja wieder nicht geglaubt, hier. Ich hab mich selbst rausgehauen. Nein, jetzt hast du Snake. Ma, den wollte ich doch. Jetzt hab ich Riesenmetanite. Und beide raus. Haha. Cool. Mein Schatz ist dreckig. Was meint der? Was meint der, ey? Was ist los? Dass sie da bleiben sollen. Stage gemeistert, so. So absolutes... Oh, so. Den Käfer beigetreten, Snake. Okay. 41 Prozent. 42 Prozent. Und die neue Reihe angefangen. Episch. Ey. Also, liebe Leute. Wir wünschen euch alles Gute. Viel Erfolg im Leben. Und hast du nicht gesehen. Ja. Äh. Tschüss. 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 Tschüss.